Gestalte deine maßgefertigte Wunschhaustür aus Holz in unserem hochwertigen System Premium, gefertigt in meisterlicher Handwerksqualität. Wähle aus unseren zwei Varianten das für dich passende Haustürprofil. Zur Auswahl steht dir unser Sanierungsprofil Premium 68 mit 68 mm Stärke sowie unser Neubauprofil Premium 88 mit 88 mm Stärke. Profitiere von unserer besten Auswahl aus fünf hochwertigen Designserien. Die Exklusivserie bietet dir mit über 70 Modellen eine moderne Optik mit allen Vorteilen einer Holzhaustür. Die Modernserie überzeugt mit über 45 Modellen einem klassischen Design und viel Licht im Eingangsbereich. Die Stilserie mit über 50 Modellen überzeugt durch edles Design für ein stilvolles und gemütliches Zuhause. Die beliebten Füllungstüren gibt es jetzt auch in Holz mit über 65 Modellen und lassen sich individuell gestalten. Die 15 Modelltüren sind der perfekte Allrounder und eignen sich ideal auch für mehrfamilien. Unsere Premium-Holzhaustüren bieten dir beste Wärmedämmung bis UD 0,84, größtmöglichen Schutz für Lärm und eine hervorragende Sicherheit durch eine Dreifachverriegelung und drei verstellbaren Bändern im Standard. Durch unsere Farbvielfalt aus über 1000 Ralfarben und verschiedenen Nasuren lässt unsere Haustürauswahl keine Wünsche offen. Kombiniere hierzu das für dich passende Zubehör wie Stangengriffe, Drücker und Schlösser. Deine Wunschhaustür ist dennoch nicht dabei. Gerne fertigen wir dir deine Traumhaustür ganz individuell nach deinem Foto oder Skizze an. Passend zu deiner Premium-Holzhaustür-Lösung erhältst du bei uns auch die passenden Fenster mit der perfekt passenden Beschattung von nur einem Ansprechpartner in einer Lieferung. Frage jetzt bei deinem persönlichen Kundenberater deine individuellen Stolmerhaustür an oder unter anfrage-at-stolmer.de.